Togo! Togo! Hey Leute, seid ihr auch voll Togo? Seid ihr auch so afrikanisch? Wow, lassen wir... Niemand wird diesen Witz verstehen. Weil das alle Schwachmaten sind. Warum lädt die Scheiße von Togo nicht? Voll Togo. Oh mein Gott, kennst du die Typen noch? Ja, Sick & Chaco! Das war der Schild. Das war ein bisschen sexistisch. Was? Nein. Doch. Wo? Was? Nein. Doch, die mehr jungen Frauen. Die mehr jungen Frauen haben halt wenig an. Das ist halt ein Segen. Ja, aber die war... Du fandst sie heißer als Kind, nicht wahr? Nee, ich glaub Togo wird... Warst du ein Typ von Kika? Ich hab ein bisschen Kika geguckt. Ich habe diese Band das Brot-Sachen geliebt. Oh yeah. Das war der heiße Scheiß. Ich glaub, die laufen immer noch, glaub ich. Kann Bernd lachen? Finden wir es heraus. Kann Bernd... Kann Bernd lachen? Glaubst du, Bernd kann lachen, Bruder? Können diese Augen lügen, Leon? Wer hat das schon gebrot? Oh mein Gott. Wir spielen ein Wimmelbild, okay? Ich wünschte ich wie ein Wimmelbild. Was zum Fick? Das sieht aus wie man die Pfeifen-Cartoon hat. Keine Ahnung. Hier ist die Kuh... Kennst du die Ritter der Kokosnuss? Ich kenn das mit der Geburt Jesu und mit... Das Leben ist Brian. Ja, das Leben ist Brian, das kenn ich. Ja, das ist auch von dem Typen. Hier ist Michelangelo. In einem... Und Löwenzahn. Oh mein Gott. Löwenzahn. 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 Können wir hier noch ein bisschen ranzoomen? Ja. Alter. Ich mag es, dass der Hund... Eigentlich mag ich es wirklich, wie der Hund Keks heißt. So wholesome. Das ist ein bisschen edgy. Alter, ich hätte so viel Bock auf Löwenzahn-Spiele aktuell. Ich habe die immer im Kinderhort gespielt. In der Grundschule. Alter. Ich liebe es. Diese Serie gibt es länger als fucking deutsche Literatur. Peter Lustig hat die Witze erfunden. Wow. Guter, mein Mann. Haben wir aufhören, Peter? Das ist Peter original. Er hat auch die Peter-Serie erfunden. Halt deine verdammte Schnauze, die Witze voll. Kingdom Hearts Flash Games. Oh mein Gott. Glaubst du, es gibt sowas? Natürlich. Wir sind hier auf Newsground. 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 Das ist die... Das ist meine... Das ist die News-Seite, die man vertraut. Alter, wie ich das... Wie ich... Warte mal. Wie ich das jetzt schon hasse, dass du hier scheiß Carlo isst. Carlo. Oder wie er heißt. Guck ihn dir an. Yo. Alter. Guck dir dieses Pixel-Art an. Oh. Das ist Qualität. Ich habe keinen Bock mehr. Das Spiel ging einfach schnell. Ja. Glaubst du, das spielt, bevor Goofy stirbt in Kingdom Hearts 2? Sonic. Sonic the Hodgeman. Sonic the Hodgeman. Sonic the Final. Oh mein Gott. Ich glaube, das war das Spiel, das... Sonic. Sonic. Sonic the Final. Ultimate. Controls. Jotz. Oh, das wird der gute Shit. The Fighter Ultimate. Sonic the Fighter Ultimate Death. Super Mario. Das ist... Das ist... Das ist... Alter. Gambit the Card, man. Das ist mein Stand. Alter, Picture... Picture of Shaq. Ich verstehe es nicht. Das ist Picture of Shaq. Ja. Das ist... Das ist alles. Hat Moki nicht mal ein Rennspiel davon gespielt? Was passiert hier? Fight the police. Okay. The Cops. It's a super sonic way thing. Ich habe keine Ahnung, wie wir das gefunden haben. Gingst du nicht auf Kicklack? Hu! Deswegen ging es dir doch bald. Nein. Das ging auf Super Shark. Das ging auf... Das ging auf Picture of Shaq. Ich bin so froh, dass sie das Picture of Shaq endlich in Super Smash Bros. reingebracht haben. Ich dachte... Ich finde, es ist eine bessere Wahl als Joker von Persona 5. Super Mario 63. Yes! Oh, ich habe eine gute Idee. Okay, Bruder. Was ist denn die Idee? Flash. Ah, play as a guest. Das wird ein schöner Virus, den wir wieder reinholen. Ja. Aber zum Glück bin ich gegen Masern geimpft. Ja, ist alles gut. Die Größenverhältnisse sind total abgefuckt in dem Ding. Mhm. Guck dir an, wie winzig die Büsse sind und wie riesig die normalen Autos sind. Oh, das passt schon, Leon. Das passt schon. Zum Glück wurde hier noch eine gewisse Hand und Arm gerendert. Das gefällt mir ganz gut. Oh, da hinten sehe ich schon einen Spieler. Hey, das ist noch ein Verbündeter. Können wir hier coole Tricks machen? Naja. Ich wünschte, ich könnte coole Tricks machen. Oh, da ist ein Spieler. Mein Gott, das sieht aus wie Blockcraft. Was ist denn dein liebstes Minecraft-Blockcraft-Blockcraft-Game? Ja, ich finde schön... Ja, Mann. Das muss ich nachmachen, tut mir leid. Mein Lieblings-Moggi-Catchphrase. Nein, ähm, Terraria ist ziemlich gut. Ah. Oh mein Gott, wir können auf Leichen schießen. Yeah. Yes. Das ist nämlich alles, was ich vor allem im Spiel hier wollte. Leichen-Schämpel. Jetzt gehen wir hier hoch. Scheiße, wir wurden weggetubt. Wegetubt? Irgendwie macht das Spaß. Was ist deine Lieblings-Armbrust? Meine ist die Hähnchen-Brust. Ja, das ist eine gute Idee, die Shotgun. Ja. Oh, scheiße, wir wollen weggetubt. Weggetubt. Weggetutzt. Weggetutzt. Löwensack. Ich bringe Bock. Löwensack. Ey, wer ist denn dein Lieblings-Steven-Universe? Mein liebstes Steven-Universe ist das mit dem, äh, mit dem Komatraum. Mein Lieblings-Steven-Universe ist der neue Powerpuff-Kolz-Cartoon. Mein Lieblings-Steven-Universe ist Löwensack. Was ist das Ding? Oh, yeah. Die haben wir schön weggeholt, die scheiß Camper da oben. Jetzt seid ihr die scheiß Camper. Na und? Einer muss immer anfangen. Und hier gibt's Pokémon, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hab. Ein wilder Kürbis und wilder Fledermäuse. Geil. Big Head of Crocodile. Geil. Mein Lieblings-Pokémon. Ja. Pumpkin. Pumpkin ist mein Lieblings-Steven-Universe. Big Man. Wow. Big Spon... Big Man. 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 Vielen Dank.